Der August auf E! wird dein Kardashian-Monat. Ich kann nicht glauben, dass es passiert. Wir nehmen Abschied mit der finalen Staffel im Marathon. Das ist wundervoll. Keeping up with the Kardashians. Jeden Sonntag im August. Was läuft sonst noch bei dir? Du kriegst nicht genug von Kim und Co.? Keine Angst, wir haben noch mehr Kardashians in petto. Und zeigen alle Staffeln der Spin-off-Shows rund um die Uhr. Die Highlights im August auf E! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Shocking Fact we uncovered about Madonna's Daughter. Shake off your weekend hangover and get ready for Daily Pop, you guys. We're talking ghosts, sex scenes, and whether marriage is totally outdated. Justin is out still. I hope he's having fun. So I'm here today with Carney Wilson and former NFL star Andrew Hawkins. Welcome! Thank you, thank you, thank you, thank you. Yes.